Was ist die Softwareentwicklung und Qualitätssicherung auf höchstem Niveau? Hört ihr das mal an! Hier steht, in Deutschland findet sich kein Unternehmen, das Softwareentwicklung und Qualitätssicherung auf höchstem Niveau anbietet. Dringend gebraucht werden maßgeschneiderte Sourcing-Konzepte, günstige Kostenstrukturen mit hohen Qualitätsansprüchen und maximale Kontrolle, alles in einem. Wahrscheinlich steht da auch, dass dieses Unternehmen eine breit gestreute Projekterfahrung mitbringen muss. Am besten auch noch On-Site, Offshore- und Nearshore-Profi ist und ein hochmotiviertes, engagiertes Team aus Entwicklern, Designern, Softwarearchitekten, Testern, QA-Managern und Projektleitern hat. Ja, genau so sieht es aus. Zu empfehlen wäre, schreiben Sie, eine Kombination von hochqualifizierten Beratern vor Ort mit kostengünstigen Strukturen in Osteuropa, zum Beispiel in Rumänien. Das würde der Kunde heutzutage schätzen. Nee, ist klar. An der Spitze stehen am besten auch noch sympathische, kompetente, erfolgreiche und erfahrene IT-Experten. Ja, genau so. Untertitelung des ZDF, 2020